Bahnsteig 1, Intercity 515 nach Graz Hauptbahnhof fährt ein. Dieser Zug ändert in Selztal seine Fahrtrichtung. Die erste Klasse befindet sich im Sektor C, Platform 1. Intercity 515 to Graz is now arriving. This train will change direction of travel in Selztal. First class is in section C. Bahnsteig 1 AF, Intercity 515 nach Graz Hauptbahnhof fährt ein. Bahnsteig 1, Eurocity 216 nach Saarbrücken über Salzburg und München fährt ein. Dieser Zug ändert in Selztal seine Fahrtrichtung. Die erste Klasse befindet sich im Sektor D, Platform 1. Eurocity 216 to Saarbrücken, Bayer Salzburg und München is now arriving. This train will change direction of travel in Selztal. First class is located in Sektor D. Selztal, Bahnsteig 1 AF. Die nächste Reisemöglichkeit ist Regional Express nach Linkshauptbahnhof, Planabfahrt 13.21 Uhr, Bahnsteig 2 AF. Eine Information zum Zug 223.908 von Artening, Planabfahrt 13.21 Uhr. Dieser Zug wird zwischen Artening und Selztal als Schienenersatzverkehr geführt. Bahnsteig 1, Orgo City 164 nach Zürich Hauptbahnhof über Innsbruck Hauptbahnhof fährt ein. Die erste Klasse befindet sich im Sektor B.